Willkommen zurück auf unserem Kanal Ruhestand-Enthusiasten und zukünftige Rentner. Heute tauchen wir ein in bahnbrechende Neuigkeiten, die das deutsche Rentensystem durcheinander bringen. Schnappen Sie sich Ihre Notizblöcke, denn diese Informationen könnten Ihre Rentenpläne dramatisch ändern. Bist du bereit zu entdecken, wie deine goldenen Jahre viel mehr golden werden könnten? Bleiben Sie dran, denn wir verraten Ihnen die genauen Daten und Details einer bahnbrechenden Ankündigung. 600 Euro pro Monat für alle deutschen Rentner durch die gesetzliche Rentenversicherung. Aber bevor wir uns der Sache widmen, wenn Sie neu hier sind und bei allen Themen rund um Rente und Finanzplanung einen Vorsprung haben wollen, dann klicken Sie auf den Subscriber-Button und klingeln Sie. Sie werden unsere kommenden Videos über die Maximierung Ihrer Leistungen und das Navigieren in dieser neuen Rentenlandschaft nicht verpassen wollen. Nun, lassen Sie uns in diese Bombshell-Ankündigung eintauchen, die Schockwellen durch Deutschlands Rentnergemeinschaft geschickt hat. Die deutsche Regierung hat gerade eine revolutionäre Überarbeitung der gesetzlichen Rentenversicherung vorgestellt. Das ist keine kleine Anpassung, Leute, wir sprechen von einem seismischen Wandel, der den Ruhestand für Millionen von Deutschen neu definieren könnte. Doch was bedeutet das für Sie oder Ihre Angehörigen, die dem Rentenalter näher kommen? Und wie wird sich dies auf die jüngeren Generationen auswirken, die noch in der Erwerbsbevölkerung sind? Zuerst einmal, lasst uns die Zahlen aufschlüsseln. Die Regierung hat angekündigt, dass ab Datum alle deutschen Rentner eine monatliche Rente von 3.600 Euro über die gesetzliche Rentenversicherung erhalten können. Ja, das hast du richtig gehört, 3.600 Euro pro Monat, garantiert. Dies ist eine erhebliche Erhöhung gegenüber der aktuellen durchschnittlichen Rente, die in den westlichen Staaten bei etwa 1.543 Euro für Männer und 1.096 Euro für Frauen liegt. Aber hier ist die Million-Euro-Frage, wie geht das possible und woher kommt dieses Geld? Um dies zu verstehen, müssen wir uns die Faktoren ansehen, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Deutschland steht, wie viele andere Industrieländer, vor einer alternden Bevölkerung und schrumpfenden Arbeitskräften. Dieser demografische Wandel hat das Rentensystem unter immensen Druck gesetzt und zu Bedenken hinsichtlich seiner langfristigen Nachhaltigkeit geführt. Der mutige Schritt der Regierung zielt darauf ab, diese Herausforderungen direkt anzugehen und allen Bürgern einen würdigen Ruhestand zu gewährleisten und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Aber ist das zu gut, um wahr zu sein? Was sind die potenziellen Nachteile oder versteckten Kosten, die wir beachten sollten? Schauen wir uns die Förderkriterien genauer an. Nach der Ankündigung gilt dieser neue Rentensatz für alle deutschen Staatsbürger, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und während ihres gesamten Arbeitslebens die erforderlichen Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung geleistet haben. Aber was ist mit denen, die diese Kriterien nicht erfüllen? Gibt es Regelungen für Teilzeitbeschäftigte, Einwanderer oder solche, die eine Pause eingelegt haben? Das sind entscheidende Fragen, die viele von euch gestellt haben und wir werden sie im Laufe der Zeit beantworten. Einer der wichtigsten Aspekte dieser Ankündigung ist die Standardisierung des Rentenbetrags. Mit der Festsetzung eines Pauschalsatzes von 3.600 Euro pro Monat für alle Rentner will die Regierung Ungleichheiten beseitigen und einen grundlegenden Lebensstandard für alle Senioren sicherstellen. Dies ist eine radikale Abkehr vom derzeitigen System, das die Renten auf der Grundlage von individuellen Beiträgen und Arbeitsgeschichte berechnet. Aber wie wird sich dies auf diejenigen auswirken, die während ihrer gesamten Karriere höhere Beiträge in das System eingezahlt haben? Gibt es zusätzliche Leistungen oder Zusatzleistungen für sie? Der Zeitplan für die Umsetzung ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die Regierung hat einen stufenweisen Ansatz skizziert, bei dem die volle monatliche Rente in Höhe von 3.600 Euro über einen Zeitraum von Anzahl der Jahre verteilt wird. Diese schrittweise Einführung soll es dem System ermöglichen, sich anzupassen und den derzeitigen Arbeitnehmern Zeit zu geben, für ihre Zukunft zu planen. Aber was bedeutet das für die, die kurz vor dem Ruhestand stehen? Wird es Übergangsregelungen geben und wie werden diese funktionieren? Nun zum Elefanten im Raum, die Finanzierung. Eine Rentenerhöhung dieser Größenordnung erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Die Regierung hat einen mehrstufigen Ansatz zur Finanzierung dieses neuen Systems angekündigt, der Anpassungen der Steuersätze, die Umschichtung von Haushaltsmitteln und Maßnahmen zur Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität umfasst. Aber werden diese Maßnahmen ausreichen, um solche großzügigen Renten langfristig zu erhalten? Und wie wird sich das auf die jüngeren Generationen auswirken, die die Rechnung über ihre Steuern und Beiträge bezahlen werden? Einer der faszinierendsten Aspekte dieses neuen Rentensystems ist seine mögliche Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Werden wir mit dem Versprechen eines komfortablen Renteneinkommens Veränderungen in den Altersstrukturen sehen? Einige Experten sagen voraus, dass dies zu einer früheren Pensionierung führen könnte, was die Arbeitslosenquote für jüngere Arbeitnehmer senken könnte. Auf der anderen Seite argumentieren andere, dass es die Menschen ermutigen könnte, länger zu arbeiten, um ihre Beiträge zu maximieren. Was ist ihre Meinung dazu? Wie wird sich das auf ihre Altersvorsorge oder die ihrer Eltern auswirken? Die Ankündigung hat auch eine breitere Diskussion über die Rolle privater Altersversorgungspläne und persönlicher Ersparnisse ausgelöst. Wird es bei einer so großzügigen staatlichen Rente noch einen Bedarf an zusätzlichen Altersvorsorge geben? Die Regierung hat betont, dass das neue System zwar eine solide Grundlage bietet, aber dennoch dazu ermutigt wird, für den Ruhestand zu sparen und zu investieren. Doch wie wird sich das auf die Finanzdienstleistungsbranche auswirken und welche neuen Produkte oder Dienstleistungen könnten entstehen, um diese neue Rentenlandschaft zu ergänzen? Internationale Beobachter beobachten den mutigen Schritt Deutschlands genau. Einige begrüßen ihn als mögliches Modell, um die globale Herausforderung der alternden Bevölkerung und der Nachhaltigkeit der Renten anzugehen. Kritiker argumentieren jedoch, dass ein solches System in Ländern mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Strukturen oder demografischen Profilen möglicherweise nicht replizierbar ist. Welche Lehren können andere Nationen aus dem deutschen Ansatz ziehen und könnten wir ähnliche Reformen in anderen Ländern sehen? Wenn wir diese Übersicht über die neue monatliche Rentenankündigung von 3.600 Euro abschließen, wird klar, dass wir einen transformativen Moment im deutschen Sozialversicherungssystem erleben. Die Auswirkungen dieser Veränderung werden sich auf jeden Aspekt der Gesellschaft auswirken, von der persönlichen Finanzplanung bis zur nationalen Wirtschaftsstrategie. Aber mit großen Veränderungen kommt auch eine große Verantwortung und es ist für jeden Bürger von entscheidender Bedeutung, informiert zu bleiben und sich in diesem Prozess zu engagieren. Wie lautet dein Urteil zu dieser bahnbrechenden Ankündigung? Sind Sie gespannt auf die Aussicht auf eine sicherere Rente oder haben Sie Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit eines so großzügigen Systems? Wir wollen von Ihnen hören! Lassen Sie uns in den Kommentaren unten Ihre Gedanken zu diesem Thema anstellen und ein Gespräch über die Zukunft des Ruhestands in Deutschland beginnen. Denken Sie daran, informiert zu bleiben ist der Schlüssel, um das Beste aus diesen Änderungen zu machen. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, geben Sie bitte ein Daumen nach oben und teilen Sie es mit Freunden und Familie, die von diesen Informationen profitieren könnten. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal für eine vertiefte Analyse der Rententrends, Finanzplanungstipps und Updates über die sich entwickelnde Rentenlandschaft zu abonnieren. In unserem nächsten Video werden wir uns eingehender mit den spezifischen Schritten befassen, die Sie unternehmen können, um sich auf dieses neue Rentensystem vorzubereiten. Dazu gehören Strategien zur Maximierung Ihrer Leistungen und Ergänzung Ihrer staatlichen Rente durch intelligente Anlageentscheidungen. Sie werden es nicht verpassen wollen, also stellen Sie sicher, dass Sie abonniert sind und diese Benachrichtigungen eingeschaltet haben.